Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zu unserem vorerst wahrscheinlich letzten Tutorial zu Jest, beziehungsweise zu Testing mit JavaScript. Deswegen hier schon mal kurz die Ankündigung, wenn euch was fehlt, wenn ihr merkt, oh Mensch, da wäre noch vielleicht was gut, wenn ihr aber vielleicht selber auch Ideen habt für coole Sachen, dann schreibt mir bitte. Ihr findet natürlich alle Daten wie immer unten in der Beschreibung verlinkt und ich habe gerade eine Handbewegung gemacht, die ihr nicht mal sehen könnt. Wow! Okay, also lasst uns anfangen. Was ich gemacht habe, ist hier erstmal eine möglichst realistische Situation zu bauen und zwar sowas wie das hier. Ihr kennt das vielleicht auch und zwar, wenn wir hier Axios verwenden. Axios ist eine Bibliothek, die könnt ihr installieren über npm install Axios. Dann bekommt ihr eine Bibliothek, die euch relativ unproblematisch hier einen Zugriff auf, zum Beispiel APIs gibt. In dem Fall können wir einfach die Users.json-API wunderbar und easy ansprechen und uns einfach runterladen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach möglich. Tatsächlich ist es jetzt aber natürlich so, dass wir gar keine Users.json-Datei haben. Seht ihr hier irgendwo eine? Nein, natürlich nicht. Und das ist auch der Plan davon. Wir wollen das ganze Ding ja offline testen. Und die Users.json oder generell irgendwelche API-Endpoints oder sonst irgendwas, das wird von irgendjemand anders erstellt. Wir bauen ja gerade Unit-Tests und keine Ende-zu-Ende-Tests und schon gar keine UI-Tests oder sonst irgendwas. Deswegen, wenn wir hier User-Data-Test.json machen, äh, .javascript machen, dann wollen wir hier diese JSON-Datei sozusagen emulieren. Und was wir deswegen tun wollen, ist, wir wollen gleich das ganze Modul Axios emulieren. Und das machen wir auch einfach mal. Wir importieren direkt mal Axios rein, weil, naja, das brauchen wir halt so oder so. Und wir importieren User von unserer, genau so, von unserer User-Data-Datei. So, wunderbar. Ähm, und jetzt wollen wir hergehen und mit Jest Axios verändern. Einfach so tun, als gäbe es dieses Modul, aber von uns. Dann sagen wir hier einfach Jest.mock. Was wollen wir mocken? Naja, wir wollen Axios mocken. Axios. Ups, Axios. So. Okay, und, äh, Axios. So rum. Ähm, und wenn ich das jetzt hier mocke, dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ich kann mich hier angeben, wie genau das eigentlich sein soll. Also, was genau da eigentlich gemacht werden soll. Und zwar für die Namen der Funktionen hier. Naja, welche Funktion haben wir denn hier benutzt? Wir haben die Get-Funktion benutzt. Also, quasi einfach einen ganz normalen Getter drauf angewandt. Angewandt, äh, mh. Angewandt, hi, 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 sorry. Ähm, und jetzt können wir, es ist schon ein bisschen spät bei mir tatsächlich. Ähm, jetzt können wir hierher gehen und einfach sagen, wie so ein Get-Befehl eigentlich, oder was der zurückgeben soll. Das heißt, wir definieren uns hier erstmal, was genau man hier zurückgeben möchte. Und zwar mit Users, oder User in dem Fall eigentlich nur. Wir wollen nur einen User haben. Der ist gleich ein, ähm, ein ganz normales Object. Ähm, und der soll folgendes haben. Name, Doppelpunkt, Alice. So, wir fangen mit A an, danach kommt B natürlich. Und Alice soll selbstverständlich bitte ein String sein. Okay, das ist also das, was ich gerne zurückhaben möchte. Da kann natürlich noch mehr drin stecken, ja. Da kann auch noch ein, ähm, irgendwelche User-Daten drin stecken. Das ist einfach nur das, was wir am Ende zurückgeben wollen, hier als kleines Beispiel. Und, ähm, die Funktion const resp, ja, die Response vom Server, die soll da natürlich noch ein bisschen mehr drin haben. Denn, ähm, in einer HTTP-Response soll noch ein bisschen mehr drin auch verwendet werden. Ähm, was wir hier übrigens auch sehen. Ich hab hier gesagt, die resp soll bitte aufgelöst werden nach resp.data. Und, ähm, das muss ich natürlich auch hier irgendwie emulieren. Das heißt, ich muss die resp.data da reinpacken, sodass unser User sozusagen ein Data-Objekt ist. Und das heißt, ich sag hier data, Doppelpunkt, und dann natürlich hier user. Okay, cool. Ähm, und wie mach ich jetzt weiter? Naja, jetzt sag ich ganz einfach axios a, oder besser gesagt, ich sag just a, axios, sieht ab sofort so aus. Axios get-Funktion, die soll ab sofort genau das zurückgeben, was ich möchte. Und zwar mockres, ach, verdammt, mockresolvedvalue. Leider muss man das von Hand eingeben. Und hier, was soll rauskommen, wenn ich axios.get aufrufe? Naja, es soll resp rauskommen. Okay. Und wenn resp rausgekommen ist, dann ist das das hier. Und dann fügen wir diese Funktion hintendran ein. Sprich, im Endeffekt, wir holen uns Data aus resp raus. Und haben am Ende natürlich diese Daten hier. Also sprich, name Alice. Und jetzt möchte ich eigentlich, dass meine User-Klasse, die ich ja hier importiert habe, also das Ding hier, dass das im Endeffekt genau so funktioniert. Nur eben das, was axios mir zurückgibt. Also der HTTP, der Web-Aufruf, der wird verändert. Und der macht halt genau das, was ich möchte. Und nicht mehr das, was er eigentlich machen würde. Für diesen Test eben. Weil ich nicht davon ausgehen kann, dass das auch wirklich schon fertig programmiert wurde von irgendjemand anders. Okay. Das heißt, ich mache hier folgendes. Ich returne. Und zwar mit User. Punkt. Wie hieß die Funktion? All. Also alle User bitte einmal runterladen. Und in dem Fall, ja wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. In dem Fall haben wir uns einfach hier alle User gecrawlt. Macht man normalerweise nicht. Normalerweise würdet ihr eher eine machen. Und was wir dann machen ist, wir expecten etwas davon. Axios ist ja Promise-based. Das heißt, wir bauen auch hier quasi wieder eine Promise draus. Und bekommen hier das Ganze erst über eine Promise übergeben. Und wir wollen hier diese Daten dann vergleichen. Das heißt, hier bekommen wir ja Data zurück. Und wir wollen, dass die so bitte aussehen. Data expect.toequal. Naja, wem wohl? Unserem User, unserer Alice. So, und wenn die gleich sind, dann gibt, also wir, was wir gemacht haben, ist im Endeffekt folgendes. Wir sagen, Axios, deine Funktion gibt ab sofort, also deine Get-Funktion, in dem Modul Get, wird hier dieses Ding zurückgeben. Dieses Ding ist Data User. Und das wird jetzt hier einfach zurückgegeben. Das heißt, Axios.get liefert uns nicht wirklich die Users.json, sondern es liefert uns eigentlich nur das, was wir hier gesagt haben. So, das wird sozusagen simuliert, damit wir eben den Test überhaupt durchführen können. Dann wird hier aus der Response vom Server, der gemockten Response vom Server, übrigens nur für diesen Testfall natürlich, wird Data ausgelesen. Und Data wiederum, naja, ist natürlich unser User. Und unser User ist Alice. Das heißt, im besten Fall sind dann die Data, die wir hier bekommen haben, equal zu unserem User. So, und wir lassen das jetzt einmal, ups, ganz kurz, heieiei, ganz kurz laufen. An der Stelle kurzer Hinweis, ich habe aus Versehen hier vergessen, dass ich Import nicht verwenden kann. Und Module Exports habe ich auch geändert. Hier oben natürlich auch über Require das Ganze importiert. Und nicht über die normalen Import Statements, weil wir hier nicht direkt mit Modulen arbeiten. So, aber das Ganze hat jetzt wunderbar geklappt. Und wir sehen hier, die User Data JSON hat funktioniert. Und wir sehen hier auch, dass die Daten soweit in Ordnung waren. Das heißt, wir wissen hier jetzt, okay, diese Daten sind jetzt offensichtlich gleich. Und das ist ja genau das, was wir machen wollten. Wir wollten überprüfen, ob hier vielleicht die Funktion, die wir hier haben, also die User's JSON, ob die tatsächlich auch vernünftig übernommen wird oder eben emuliert wird. Das heißt, egal, ob diese User's JSON-Datei da ist oder nicht, wir können das jetzt überprüfen mit einer simulierten User's JSON und im Anschluss einfach davon ausgehen, dass uns jemand hier die richtige User's JSON-Datei erstellt. Genau, und ja, so könnt ihr eigentlich auch Modul bzw. eben, ja, ganze Imports verändern. Vielleicht doch ganz kurz eine Ergänzung hierzu. Ihr könnt sogar nicht nur mit axios.get.mocResolvedValue, sondern sogar mit der kompletten Implementierung rumspielen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier sagen, axios.get.mocImplementation. Könnt ihr hier die komplette Implementierung der Funktion überarbeiten? Muss da natürlich eine Funktion rein, die stattdessen verwendet werden soll? Und dann könnt ihr mit dieser Funktion eben die anderen Sachen emulieren. Funktioniert eigentlich in den meisten Fällen genauso. In den aller, aller meisten Optionen reicht es aber, wenn wir hier einfach nur die Antwort überarbeiten, also quasi den Return Value und den mal halt quasi simulieren. Nicht alles von der ganzen Funktion. So, und ich denke, damit kann man wirklich sehr viele Tests eigentlich auch durchführen. Das Allermeiste sollte jetzt zumindest an Unit-Tests durchführbar sein für euch. Wie gesagt, bitte meldet euch, wenn euch hier noch speziell was fehlt dabei. Und ja, dann kriegen wir das natürlich auch noch hin. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal.